Was ist denn los? Es kommt darauf an, wo sein Schiff herkam. Er stach in Makedonien in See. Wenn du hilfst, meinen Freund zu finden, kannst du die Kunstwerke behalten. Ich kann nichts versprechen. Die See ist groß und hungrig. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich anfange. Du sagtest, Galanos kam aus Makedonien. Hat er vielleicht noch irgendwo anders angelegt? Nirgends. Die Stürme müssen ihn erwischt haben. Wenn er nahe genug an der Insel war, haben diese ihn vielleicht in eine Bucht gedrückt. Suche die Küste ab. Die Kunstwerke, von denen du sprachst, scheinen kostbar zu sein. Galanos ist Kunsthändler. Ich schickte ihn nach Makedonien, um in meinem Namen etwas zu kaufen. Nicht zu wissen, was er mitbringt, ist mit am schönsten. Hoffentlich kann mir das Meer etwas mehr verraten, als du mir sagen konntest. Vielen Dank, dass du das tust, Söldner. Vielen Dank, dass du das tust, Söldner. Den Nordwesten nachsehen. Wir legen jetzt ab, Kapitän! Wir haben keine Befehle von dir ab. Nur, dass du's weißt. Ich bin dein Schiffsführer. Und ich will ans Ruder. Und bestimmen, wo's hingeht. Ganz bestimmt nicht. Schön. Aber wer seekrank wird und mich ankotzt, ist tot. Kann ich verstehen. Und auf dem Ding segelt du? Natürlich. Der Drastea ist ein mächtiges Schiff. Es kommt nichts, Sektor. Bist du nervös, kleiner Bruder? Von wem. Wo willst du ablesen? Der Kitzel gelogen. Woher noch immer der Wickel zufügt. Mit dir die�dotasch, mit dir dothasch, mit dir dothasch. Die Dothasch, kime, die Dothasch, kime, die Dothasch, kime, die Dothasch. Ich bin ein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb. Die Pudera können nicht mehr. Pudera, raus! Die Schöter sind drin! Tage wie diese sind ein Geschenk der Götter. Es ist wirklich ein schöner Tag. Ah, das blaue Meer, der sonnige Himmel. Gute Gefährten, eine aufregende Leistung. Nur noch etwas weiter, dann sind wir da. Das muss die... Das vermisst, der Schöter! Ransamer! Wir warten auf die Rückkehr des Kapitäts! Hm? Wir fallen hier, einem impossibles Versammlung. Wie! Das ist ein Geysonk. Schöter! Wir rüber nach. Es rüber nach. Und jetzt werden wir da. Wir treffen uns an einem gremdefen. Sie versuchen, Kupfer zu verschwenden. Wir setzen uns an. Und wir werden auch das. Wir setzen uns an. Bis zum nächsten Mal. Wir setzen uns an! Der Mann ist nicht ertrunken. Er wurde hier an Land erstochen. Eine Blutspur. Jemand wurde zu den Klippen gezerrt. Das ist der richtige Ort. Sieht nach den Anhängern des Ares aus. Das ist der richtige Ort. 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 Das ist der richtige Ort.